ja hi und willkommen mein name ist anjurlp und ich begrüße euch zurück zu let's play final fantasy 7 remake propaganda da ist das wort was ich gesucht habe im letzten part und ja das ist jetzt nicht genaue definition irgendwas schön zu reden aber eigentlich etwas politisch irgendwie besser dastehen zu lassen also eigentlich ist so ungefähr die definition glaube ich aber ist auch egal ich habe es gerade gemerkt also jetzt geguckt habe bevor ich es gegoogelt habe ist mir noch eingefallen und ja gut wie auch immer wir sind im schöner gebäude wir haben die treppe erklimmt wir haben zehn minuten gebrauchene treppe zur klim und sind dann hier ins gebäude im 59 stock angekommen und haben diese kleine rundschau ja angefangen wo wir ein bisschen mehr waschenra wissen worauf sich bestimmt ganz schön freut und ja diese kleine rundschau geht hier noch ein bisschen weiter wir machen jetzt weiter mit der visuellen ausstellung viel spaß kosmos theater ok passiert irgendwas hier kommen da irgendwelche kämpfe so voll verdächtig ist das hier wird schon reality vor langer zeit wurde dieser planet von menschen besiedelt die zum alten volk gehörten sie waren es die diesen planeten bewohnbar machten dabei bedienten sie sich einer energie die tief im erdreich schrommert eine energie die wir heute tausende jahre später als marco kennen doch das ist längst nicht alles das alte volk war nicht nur in der lage marco zu nutzen es verfügte auch über das wissen die energie weiter zu verarbeiten zeugnisse dieser bewundernswerten leistungen sind uns auch heute noch in form einiger materie erhalten geblieben ebenso wie jenes sprichwort der planet gebärt uns er redet mit uns und er öffnet sich auf dass wir eingehen in das verheißene land wo größtes glück uns beschieden sein wird auf alle zeit doch leider existiert das alte volk nicht mehr es wurde ausgelöscht als vor etwa 2000 jahren ein asteroid auf dem planeten stürzte ob es dem alten volk wohl vergönnt war in das verheißene land einzuziehen dies wird für immer ein großes geheimnis bleiben die jahre verging und der shinra konzern machte dort weiter wo das alte volk aufgehört hatte und entwickelte methoden marco als energieform nutzbar zu machen ein mildes klima gepaart mit üppiger natur und marco energie im überfluss irgendwo auf diesem planeten wartet das paradies darauf von uns entdeckt zu werden der shinra konzern erachtet es als seine aufgabe das verheißene land aus den träumen des alten volkes zum wohle aller zu finden und urbar zu machen das war mal ein trip das war es oh 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 hi ho oh hi oh oh ich habe zu lang war das gefühl das heißt mein klaus kopf wie immer sachen gibt es nicht also wirklich dass mir mal der schmalz ausgehen würde denn was ist schon die ohne etwas fett nichts weiter als bitteres wasser ihr kid aber was hat das zu bedeuten der reinste horrore trip wenn ihr mich fragt so was gehört echt verboten wenn kinder das sehen haben die echten schaden fürs leben das ist nicht bloß ein video so wie ich das war doch sicher nur ein schaue fängt oder warte mal ihr habt das auch gesehen ich bin nicht irre ja wer hat gedacht okay war aber klar der meteor mal vorkommen müsste sonst wert irgendwie voll sinnlos ich habe euch bereits erwartet mitglieder von avalanche gestatten mein name ist hat warum nicht ruht der bürgermeister hat mir aufgetragen euch hier zu empfangen der bürgermeister dieser jämmerliche schimmer schoss und domino ja den ehrenwerten herrn domino bürgermeister der weltweit führenden marco stadt mit gar wir haben in der visuellen ausstellung einen besonderen systemfehler registriert und befürchteten dass ihr in schwierigkeiten stecken könntet wir sind im hauptquartier des feindes das erzählte euch ein bisschen selbst wir sollen ihm wohl folgen ich habe ehrlich gesagt vollkommen vergessen wenn normal domino ist und der original aufrohr ich weiß gar nicht mehr bibliothek und hier soll der bürgermeister rumlungern die Ah, gott eh. Okay ich kann jetzt schon mal sagen wir haben eine menge zeugs geändert in der story im original nicht vorkam bitte sehr wenn das der falle ist kommt sie das teuer zu stehen ja das muss ich natürlich erst mal er lässt mich wahrscheinlich nicht mehr erwartet euch dann gehen wir mal rein domino was ist denn das hier ich habe euch schon erwartet ich bin der bürgermeister von mit dieser wunderschönen stadt der typ ihr habt euch ja ganz schön ausgetoben was was glaubt ihr denn warum ihr es überhaupt bis hierher geschafft habt wie meinen sie das das will ich dir gerne sagen immer dann wenn die garde euch entdeckt hat die kameras euch im blick hatten oder wenn ihr gemeldet wurdet habe ich eure spuren verwischt also dank mir der hat das feld darunter gemacht ne das was ist daran denn so verwunderlich seht euch hier doch nur um ich mag mich bürgermeister nennen aber was bedeutet das schon man hat mich hier im archiv aufs abstellgleis gestellt wie nen nutzlosen greis ist doch völlig normal dass ich die wut in mir angestaut hat im angesicht solch einer bodenlosen Unverschämtheit verschämtheit das trifft sich ja ausgezeichnet verschaffen sie uns zugang zum labor zum labor sagst du ich dachte ihr hättet es auf den direktor abgesehen wir müssen eine freundin aus dem labor befreien dem direktor würden wir natürlich auch gerne abreibung verpassen so lange ihr shinra irgendwie eins auswischt ist mir eigentlich alles recht bis zur 64 etage kann ich euch bringen und wieso bitte nicht gleich ganz nach oben mehr geht leider nicht ich bin untröstlich trotz ihres amtes trotz meines amtes obwohl ich der bürgermeister von mit gaben bin bin ich in wirklichkeit bloß ein archivar man ruft mich nicht mal zu den sitzungen tag ein tag aus nichts als akte meine finger sind schon ganz wund und schwierig vom vielen blättern direktor shinra ist wahrlich ein grausamer tyrann dies leid dieses leid also kurz wir sorgen dafür dass sie gerechtigkeit dann zeigt mal eure schlüsselkarte so jetzt kommt ihr mit der karte bis zum erholungsbereich auf der 63 etage und wie geht es dann weiter da oben gibt es einen sympathisanten von mir bei ihm bekommt ihr eine schlüsselkarte für die 64 etage das losungswort lautet ein hoch auf den bürgermeister ein hoch auf den bürgermeister von mit gar da können die leute behaupten was auch immer sie wollen ok ihr sagt also ein hoch und wer auf den bürgermeister antwortet ist euer kompliz ist alles klar ja das ist doch relativ einfach dann gehen wir mal wieder tschüss es war ein netter koch der rost lichter doch ist ein sechner troe das hätte die hauptgruppe uns ruhig mal erzählen können finde ich überhaupt eine hauptgruppe und so alles gibt wo ich mich erinnere gab es im originalen uns ja und unsere jetzt toten verbündeten bis auf watch was ich immer noch ein bisschen doof findet erlebt nimmt irgendwie weil ich nicht drama aus wie mako explodiert ok gut dann haben wir jetzt unser losungswort unsere neue schlüsselkarte dann kann man ja wieder weitergehen ein bisschen nach oben rennen hier ist nichts mehr gehe ich hier richtig was muss lang was okay da muss jetzt hier hoch jahre so dann erzählen wir mal von eurem verheißenen land und zwar schnell denn ich bin ein vielbeschäftigter mann und habe nicht ewig zeit wir müssen diese habgierigen raffzähne ruhig stehen damit ich mich endlich wieder auf meine forschung konzentrieren kann und dafür brauche ich deine hilfe du bist deiner mutter sehr ähnlich geworden ja es war wirklich sehr sehr bedauerlich sie hätte einfach was sagen sollen ich hätte mit mir reden lassen doch sie musste ja unbedingt fliehen was für eine verschwendung wo sie doch die letzte von reinem blut gewahr richtig du möchtest bestimmt deine mutter treffen das kannst du gerne allerdings nur unter dem mikroskop du hast doch wohl nicht etwa gedacht ich würde ein so wichtiges versuchsobjekt verkümmern lassen ich habe deine mutter natürlich äußerst eingehend untersucht ja ihre haut die organe bis auf die klitzekleinsten knöchelein wie faszinierend das alte volk doch ist sei stolz darauf war wunderschön bis auf die letzte zelle ganz genau so hat deine mutter mich auch immer angeschaut hoppla es ist ja schon zeit für mein meeting meine angst ich bin bald wieder da du bist definitiv ein bisschen creepier als willkommen zur 63. etage eine oase der ruhe für all unsere mitarbeiter das ist schon ziemlich spät aber die sache in sektor 7 hält die leute wohl auf trapp was geschieht ihnen ganz recht seid wachsam der helfer muss hier irgendwo sein alles klar dann lasst uns den fleißigen Ameisen mal auf die Fühlerchen gucken gut oder kann ich wieder rein kann aber nicht irgendwie den schrei auslassen kommt man nur mit dem aufzug nach oben nämlich an dann gehen wir mal hier im erholungsbereich noch nicht so erholsam aus ist ja auch ausnahme zustand suchen wir den helfer wachen scheinen hier keine zu sein also macht euch locker okay aber jetzt haben wir hier reingehen und gucken wir jetzt hier unser verbindet teils scheinen nicht aber es geht nach wo magst du sein wir werden es wohl einfach auf gut glück versuchen müssen denkt an die losung ein hoch auf dem bürgermeister alles klar okay bratwurst ne quatsch ich bin captain busch nein warte der flug nein ich hab gern eine große promise ein hoch wie soll das ein anzügliches angebot sein halb wo wir doch darum dass wir uns im krieg nie wieder verehrte zuschauer heute begrüßen wir einen ganz besonderen gast die leiter der sicherheitsbehörde heidegger lassen sie mich betonen dass diese niederträchtige tat uns alle mit größtem zorn erfüllt der shinra konzern wird sich diesen grausamen verbrechern niemals beugen ich versichere ihnen dass wir die täter ergreifen und am strick baumeln lassen werden das schwöre ich hier vor all unseren bürgern habt ihr gehört ihr dreckigen ratten von avalanche flieht ruhig wir finden euch wo immer ihr auch seid die anderen platten sind doch hoffentlich sicher stimmt ist das gut ja ein hoch ein hoch habe ich recht naja ratwurst ok er hört man hoch stimmt ja ihr seid auch gut auftrat was sind die täter schon gefasst ein hoch wird das der wetterbericht vergessen sie es ich bin beschäftigt da man schnell weg komme ein hoch ruhe bitte ich telefoniere ja wir hast mir diese person die da ganz auffällig steht ich will von all dem nichts wissen ein hoch ein hoch ein hoch oder wer irgendjemand hoch ich habe ein hoch zu geben melde auch ist das ein kampf simulator der wird zu trainingszwecken eingesetzt von der perspektive sah aus das werde irgendwie so ein ganz kleiner junge der da stehen wird ich frage mich wer jetzt der helfer ist vielleicht der wo das ausrufezeichen drüber steht ne war heute neuerdings ja das thema da habe ich alle dinge 12345678 19 11 12 13 14 ich glaube ich hab alle das thema ich wusste gar nicht dem thema hatte mehr werden ein paar mp deswegen okay ich nehme manche auf alle stellplatten und hätte ich jetzt nicht nur zu viel jetzt bekommen oder ich muss doch was geben was wir tun können guten abend was darf es sein der look fliegt im morgengrauen auch haben wir auch waffen was hey den habe ich noch nicht geometrie reif ich habe eine menge geld sehe ich gerade ich habe alle diese sachen noch nicht also was kaufen wir von jeden einen hier mal überschutzreif ich habe diese wesentlich stärker am verkaufen die ja waffen und ausrüstungsgegenstände sie hat gern zum mitnehmen so ich habe alle die sachen hier geometrie reif er hat acht dinger ja das hätte ich jetzt gerne mehr verteidigung ich würde ja sagen ja ne stimmt immer kinder arme 39 62 gibt mir zauber verteidigung da gibt mir normale verteidigung hat auch drei dinger wäre vielleicht mal besser mama er ist ja wenn sie schwarz reif er gibt aber da ist ja kacke wenn sie in geometrie reif für ausrüsten eigentlich ist sogar in jedem sind besser klatten schutz weil ich alle mehr verteidigung geben ja ne noch mehr magie verteidigung aber warum ist das so dämlich den hat cloud ausgerüstet denn der ist im bereich besser also kommt man noch zwei von denen wenn eigentlich hier ist er mit der firmen verteidigung und da geht mein geld hin egal ob es auch immer wieder neue sachen ja sondern neuen verteidigung mehr aber was soll es ne ok cool dann ein hoch habe ich nicht recht kannst du mir einen tipp für den simulator geben ein hoch soll das ein cheat sein wie geht der weiter oben unten oben unten links rechts links immer der konami code noch mal gegen ein hoch auf den bürgermeister ich bin über alles im bilde ihr wollt drauf genau bevor ich euch die schlüsselkarte gebe müsst ihr mir erstmal eure fähigkeiten mal ehrlich wenn man euch schnappt wird das konsequenzen für uns haben ist doch logisch oder also werdet ihr das hier versuchen und ich warne euch es ist nicht gerade leicht bewährt euch und die schlüsselkarte ist ehrlich was ist heute machen wir mal ein paar gegner platt war schon klar wir haben schon lange nicht mehr kämpft irgendwann müssen sie ja mal ein kämpfe ja einfach sonst der spieler gelangweilten spieler heutzutage wir haben gar keine zeit sich ein intro oder irgendwie sowas hier anzuschauen okay jetzt echt irgendwie alles klar ja gut wer kommt auch kein zage in prinz auf oder so jetzt natürlich so blitz sehr 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 und geil ich habe mir einfach die abrissbeeren im hintern was machst du jetzt wir können ja jedes mal gehalten werden also was jetzt eingesetzt er wird verstummt im allerletzten moment das gibt es jetzt nicht ja geblockt konnte ja ich kann aber immer noch das hier machen mein gott ich brauche euch aber wir sehen auch naja die hat noch mal ich habe alles unter und drüber aber wird schon ich habe nicht vergessen dass ich auch regene auf alle einsetzen kann das eis ding immer noch um mich herum ich glaube ja krass aber mein gott hört auf mich die ganze zeit vom zuban abzweiten noch noch mal ein geht und diese fahrzeuge und macht von der löse und meine mit gleichfalls was du dann klangstrahl haben wir schon mal meine mit leichter voll wird aber jetzt bist du dran ich hoffe ein säge bleibt genau da kommt kaputt gewonnen jawohl okay das war sogar wird man schon sagen da kommt bestimmt noch mehr eine neue rekord und ein mega trank na was sagt sie dazu kollege der wusste ausgang ihr schafft das schon keine sorgen hiermit erreicht besprechungs zimmer auf der 64 etage auch mit dem fahrstuhl darf ich fragen was ihr da wollt wir wollen eine freundin befreien in der forschungsabteilung fest was war das im intergrund die frau so das wird nicht leicht da kommt man nur mit einer besonderen zugangsberechtigung rein uns fällt schon was ein wo finden wir hojo die vorstände haben bald ein meeting hojo der direktor und die anderen abteilungsleiter treffen sich im großen konferenzzimmer dann hättet ihr die ganze gabe am hals wir spionieren sie erst mal aus ihr wollt sie belauschen dann geht es zur herren toilette dort gelang ich muss aber nicht der konferenzzimmer vorbeiführt verstanden schöner kommt seine leute wurden neukämpfe freigeschaltet ok hey du bist ich bin lehrling in der forschungsabteilung von china ich weiß über dich bescheid da ich ins netzwerk des firmenvorstands eingedrungen bin ich werde dich unterstützen so gut ich kann ich stelle einen vertrauensanstieg fest machen wir es kurz um keinen verdacht zu erregen ok warum nicht hier ist nichts neues ich freue mich auf weitere daten zu meinen kampfberichten ja wie viele dinger sind jetzt hier neu warst du gerade machen wir natürlich noch die ganzen dinger ja wenn wir erschaffen ich will jetzt mal gucken wie viele ja nur da sind ep boost mal ein skill boost achter sind materien überschutz reifen natürlich gehe ich jetzt hier die ganzen armen reifen ist klar da machen wir die dinger noch im nächsten partner klingt danach eine menge spaß in dem sinne sage ich dann schon mal okay wo ist mir immer der ausgang ich finde ich jetzt mal hier noch schön kann es ja jedes mal hoch ein und dann macht man im nächsten part die kämpfe hoffentlich wollen wir jetzt nicht weil nicht ein zwei parts dafür so ein mit einem welchen zufrieden aber zwei das wäre schon zu viel mein gott aber machen wir natürlich ne da wird bestimmt spaß in den sehr dankeschön für zuschauen ich hoffe ich hatte war gefallen mit der hand ist ein abo ein kommentar das würde mich sehr freuen und dann sehe ich euch in der nächsten folge wieder tschüss